Willkommen zur nächsten Fotoherausforderung und zwar soll man einen beliebigen Alfa Romeo fotografieren an dem zugefrorenen See. Ich habe den von 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrofolio genommen, aber es ist ja egal. Egal welchen man nimmt und das Ganze ist hier oben auf dem Berg, da ist dieser See der zugefroren ist, da stehe ich mitten auf dem Eis. Und da einfach nur hier, einfach mitten auf dem Eis und hier einfach nur das Foto machen. Dann sollte das Ganze auch genau Gold sein, hat funktioniert. Das war es dann schon wieder mit dem Video, es kommen noch die Sammelobjekte und die wöchentliche Herausforderung, die kommt dann auch noch. Das war es dann hier mit dem Video, bis zum nächsten Mal.